Mein Name ist Frank Servos, ich bin Geschäftsführer der Natursinn International KG mit Sitz in Emmersacker im Naturpark Augsburg-Westliche Wälder. Neben mir ist der Gerd Mappes, Baubiologe, freier Sachverständiger, Mitbegründer und Mitgesellschafter von Natursinn und unsere gemeinsame Expertise liegt in der naturkonformen Sanierung von Teichen, Weihern und Seen mit unserem Gewässer 2000 Konzept. Wir befinden uns heute hier am Reichenharter See im Ortsteil Reichenhardt der Gemeinde Raubling. Raubling liegt im Landkreis Rosenheim in Oberbayern. Der Reichenharter See ist ein wunderschöner und vor allem sauberer See, was sich perfekt für eine kühle Erfrischung im Sommer eignet und das ist auch der Grund, warum hier immer mehr Badegäste das als Ausflugsziel nehmen und teilweise von weit her kommen. Das war nicht immer so, denn vor mittlerweile gut 30 Jahren war der circa drei Hektar große Baggersee stark verkrautet und auch die Sichttiefe war regelmäßig zu gering für ein Badegewässer. Auch die Fischer waren nicht sehr zufrieden mit der Wasserqualität und vor allem mit dem übermäßigen Pflanzenwuchs. Gerhard, du betreust den See jetzt seit mittlerweile gut 30 Jahren und auch die Anwendung des Gewässer 2000 Systems hier. Erzähl uns doch bitte kurz, was hat damals zu dem schlechten Zustand des Gewässers geführt? Was konntest du mit der Gemeinde Raubling hier gemeinsam umsetzen und wie hat sich der See bis heute hier entwickelt? Wunderbar. Die Gemeinde kam 1995 auf mich zu, die hatten also enormen Krautwuchs hier und die Fischer waren nicht mehr in der Lage zu fischen. Die Badegäste hatten entsprechende Probleme und der Bürgermeister war mit mir hier draußen zur Ortsbesichtigung und er sagte, er brauche eine Lösung, eine ursächliche Lösung und die habe ich ihm angeboten. Ich war im Gemeinderat, der Gemeinderat hat zugestimmt. Am Ende August, Anfang September haben wir begonnen 1995 die Grundbehandlung, die erste zu starten und das hochinteressante ist an der ganzen Sache, war jetzt ein Jahr später hatte sich der Krautwuchs um circa 70 Prozent reduziert. Das heißt, das Nährstoffpaget, die Altlasten wurden sukzessive abgebaut, der See konnte sich wieder erholen und wir haben die letzten fünf Jahre noch Grundbehandlung weiter durchgeführt und der See ist jetzt seit 2000 in der dauernden Betreuung. Das heißt, er bekommt jedes Jahr mal seine Dosierungen im Frühjahr und im Herbst, um einfach den See auf Niveau zu halten. Er ist ja, ist ein Baggersee, wie wir schon gehört haben und der mit einem unterirdischen Zufluss vom Inn gespeist wird, wo doch Dinge immer wieder einfließen können, die nicht zuordnenbar sind. Aber die Gemeinde und ich, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und das hat sich also jetzt seit 1995 durchgezogen. Auch mikrobiologisch, das Gesundheitsamt ist zufrieden. Durch die Bank kann man sagen, der See kann sich sehen lassen. Und wir hatten 1995 wirklich ein Problem mit dem See. Der Pflanzenbewuchs aus dem See reichte über die Wasseroberfläche und es war ein Befischen und Schwimmen nicht mehr möglich. Wir haben sämtliche Sachen probiert mit Seekuhmähen, mit sämtlichen anderen Mitteln auspackern, hat nichts geholfen. Und dann haben wir zu der Firma Natursuehen gekommen, zum Herrn Mappers und der hat uns was angeboten. Wir haben das am Gemeinderat vorgestellt und der Gemeinderat hat dann einfach gewagt, das war ja was Neues, diesen Weg zu beschreiten. Und wie gesagt, seit 1995 behandeln wir den See, wird regelmäßig untersucht, auch vom Gesundheitsamt untersucht. Die Fischer sind zufrieden, die Badegäste sind zufrieden, dementsprechend ist auch die Gemeinde Raubling zufrieden. Und wenn es denn so weitergeht und der See immer so in Schuss bleibt, dann sind wir alle zufrieden. Bis zum nächsten Mal.